Ich habe eine Luxusjagd für Angela Merkel gebaut. Naja, ich meine, warum nicht? Wenn Roman Abramowitz drei Stück besitzen kann, dann muss sie ja Angela auch noch was haben und das werden vier ganz genau. Drei Milliarden Euro gibt die Dame aus und hier entstehen die vier Fregatten für die Bundesfahrt. Ja, wirklich das modernste der Welt. 150 Meter lang das Stück. Geld haben wir genug. Was wir nun nicht haben, das ist der Neidrucks, in dem man droht. Ja, deswegen muss ich die Beflick wurde abgeschafft, also die Bundesfahrt.